Sofort in diese Position, aus der ihr Torwurf weiter spielen, abspielen könnt. Und zweitens, ich möchte, dass ihr euer Anlauf so gestaltet, dass ihr den Ball mit dem letzten Schritt abhimmt, um sofort in diese Schlagwurfposition zu kommen. Also nicht mehr mit Ball noch zwei Schritte machen, sondern die letzte Bewegung ist, die die Wurfposition hinein. Euren Anlauf anpassen. Ja, besser. Auch zu spät. Besser. Zack. Das war besser. Zack. 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 Gut. Zack. Gut. Wir haben mal noch ein bisschen zu spät, besser. Das ist ein langer Schritt, ein kurzer, flacher Schritt. Gut. Und da haben wir oben. Komm. Okay.